Moin moin liebe Freunde der gepflegten Art von und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufwegfischmedia. Heute hat es mich an die Angelanlage Müllerscheid getrieben oder hierher gelockt, denn heute ist eine Promotour von Paladin und vom Angelsport Böcker. Sebastian, das ist ja dein Laden, ne? Genau. Du unterstützt das Ganze so zum Teil, ne? Richtig. Und David? Wir sind ja hier von Paladin. Uns kennt man ja auch durch ein paar Videos schon. Heute wollen wir den Leuten mal ein paar Praxistipps an Wasser geben, den Besuchern. Unsere Teamangler stehen schon oben und zeigen ein paar Leuten eifrig was. Wir stehen hier unten. Sebastian hat mal ein bisschen was aus dem Programm hier aufgebaut von seinem Angelladen und dann gucken wir mal, wer so kommt. Ja, ich bin froh, BigFischmedia ist auch vor Ort. Natürlich, das darf man sich nicht gehen lassen. Viel Spaß beim Filmen. Aber vielleicht beißt der eine oder andere gleich nochmal. Wir können ja vielleicht zwischendurch mal das Dekor wechseln. Verschiedene Dekore. Ja. Den ganzen Tiger-Doppel-Dekor. Dann können wir gleich mal ausprobieren. Vielleicht stehen die auf pink und gar nicht auf blau. Sollen wir mal einfach mal wechseln? Ja, von mir aus. Das ist doch eine ganz leichte Nummer. Kann ich auch mal zeigen. Dieses Teil nimm an Snap. Ja. So, das ist einfach nur quasi öffnen, raus, fertig. Dann kann ich quasi schnell wechseln. Ja, ja. Dann nehmen wir mal jetzt einfach mal, probieren wir mal den hier. Ja? Auch wenn es nur 0,5 Gramm sind, aber man merkt das. Der wird auch weiter schmeißen jetzt. Der fliegt jetzt auch anders. Wo ist er denn? Ja, da. Ja, mir kam eine Kapuze davon. Ja, da schwimmt eine Golfforelle. Da. Ja. 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 Ja Bis zum nächsten Mal. So, jetzt nehmen wir die Bienenmale auf dem Haken wie ein L, damit wir Rotation unter Wasser im Prinzip erzeugen. Jetzt ziehen wir dann halt dementsprechend die Bienenmale wie ein L auf. Die erste Bienenmale ziehen wir im Prinzip ganz auf und die zweite Bienenmale eher so halb. Ganz genau. Die machen wir dann vorne vom Kopf aus her. Dann haben wir ein gutes Drittel ungefähr und stecken die haben wieder aus. Dann gibt es im Prinzip nur wie ein L. So ein bisschen zu wackeln. So, genau. Dann erzeugen wir ein bisschen mehr Druck im Wasser. Ja, und dann sehen die Fische das und kommen da hin. Völlig korrekt. Genau. Wenn du merkst, oh, da ist ein Druck drauf, dann kannst du dementsprechend ein bisschen nach vorne gehen, damit der Fisch auch mehr Möglichkeiten hat. Ja. Echt? Ja. Na super. Du bist schon so ein halber Profi, ja? Ja, ich hab meinen Opa einfach nur gefragt und dann hatte ich nicht so an. Okay. Perfekt. Hier wird nächsten Mal kommen. Langsam. Ja, jetzt kommt sie. Alles gut. Die Jugend macht es vor. So, macht Spaß? Ja. Aber der will noch nicht. Warte mal, nicht so viel drehen, nicht so viel drehen. Warte, ich mach mal ein bisschen zu. So. Jetzt kannst du sie landen. Jetzt kannst du sie drehen, drehen, drehen. Jetzt kannst du weiter drehen. Jawohl, jetzt kommt sie. Komm. Jawohl. Sehr gut machst du das. Komm zum Kessel. Nee, du kannst hier nicht weg. Perfekt. Eingenetzt. Petri. Die will nicht. Die kommt jetzt nicht weg. Geh ich mal rum, dass man dich in der Kamera sieht? Da. Mensch, Petri heil. So? Genau so. So, liebe Leute. Es geht langsam dem Ende zu. Das Wetter war ja heute bescheiden. Ja, David, möchtest du ein paar Worte verlieren? Oder? Als erstes möchte ich dir danken, Ewald. Du bist schön nass geworden. Aber die Haare sitzen noch. Das ist gut. Ich habe gearbeitet. Also ich war nicht die ganze Zeit unter dem Gehäuse hier. Ja. Sondern war draußen ein paar Fische einfangen können. Ein paar Erklärszenen. Und ja, ansonsten, wenn ihr auch Bock habt, an sowas mal teilzunehmen. Genau. Vielleicht ein paar Worte. Also insgesamt war es ein schöner Tag. Ein paar Leute waren da, haben sich vorrangig am Teich beraten lassen von unserem Teamangler. Ein paar Tricks gezeigt. Wie führt man jetzt ins Brun? Wie montiert man den Forellenteig? Wie schwer muss die Pose sein? Wie lang das Vorfach? Also Sachen, wo die Teamangler von uns dann mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Das Ganze machen wir natürlich einmal heute hier in der Angeranlage Millerscheid. Aber sind übers Jahr auch noch auf drei weiteren Teichanlagen vertreten. Dass, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne willkommen seid, uns zu besuchen. Wie gesagt, wir machen das Ganze gerne, um die Sache ein bisschen nach vorne zu bringen und euch zu zeigen, wie ihr erfolgreich auf Forellen angeln könnt. Oder vielleicht das bestehende Wissen noch ein bisschen verbessert. Alle Termine lasse ich unten in der Videobeschreibung da. Also schaut da mal unbedingt rein. Vergesst im Ganzen kein Like zu geben, ein Abo dazulassen und wenn ihr schon dabei seid, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts weitere mehr verpasst. Und ansonsten bleibt uns nichts mehr überzusagen als Ciao Kakao zu sagen. Ciao Kakao. Ciao Kakao. Ciao Ciao.